Jo, hallo und willkommen wieder auf meinem Kanal Inkev. Heute dreht sich es um ein Thema, was ich ansprechen möchte und zwar wie lebe ich derzeit YouTube, Twitch, Beruf, was mache ich alles? Und ja, damit ihr schon mal wisst, wie mein Tagesablauf ist und ob was stressig ist oder ob es entspannt ist, wie momentan meine Gefühle sind zu der ganzen Thematik, weil mittlerweile bin ich ja im Berufsleben teilweise angekommen, habe ja noch Twitch und YouTube und Fußball und Sport und Freundin und Wohnung und keine Ahnung, man. Deswegen, ich werde heute mal darüber reden. Einige haben mich gefragt, ja, wie machst du das oder wie sieht momentan dein Tag aus und darüber können wir heute gerne mal diskutieren. Ich bin mal wieder nicht draußen, ich mache das wieder von drinnen, einfach aus dem Grund, dass es bei draußen gerade eben scheiß Wetter ist. Wir haben es immer noch vormittags und ja, ich wollte jetzt nicht rausgehen, um in den Wald zu fahren, um KuchenTV wieder nachzumachen. Naja, bekomme ich auch häufiger gesagt, dass ich an KuchenTV nachmache. Naja, aber darum soll es gar nicht gehen. Und zwar, ja, wie lebe ich momentan, wie sieht momentan mein Tag aus? Also ich kann euch schon mal sagen, ich mache ja halbtags oder Teilzeit, mache ich ja YouTube, Twitch, dann als Hauptberuf sozusagen bin ich Erzieher in einer Tagesgruppe. Und ja, also da kann ich schon mal sagen, dass ich auf vier Stunden am Tag angestellt bin als Erzieher, aber momentan mache ich extrem viele Überstunden. Also momentan arbeite ich eigentlich jeden Tag so sechs Stunden oder fünfeinhalb Stunden und dementsprechend ist mein Tag dann noch ein bisschen enger getaktet. Also es ist momentan wirklich nicht so schön, wenn ich die ganze Zeit nur Überstunden mache und dann zum Schluss kann ich mir keine Absetzertage nehmen. Weil das einfach, als Erzieher bist du oftmals ein bisschen am Arsch. Das liegt einfach daran, dass es einfach Personalmangel gibt. Finde ich ein bisschen schade, aber es ist nun mal so. Also ich glaube, das ist aber überall so, dass die Erzieher, dass die einfach nur gefragt sind. Dass es einfach Personalmangel gibt. Aber es ist in vielen sozialen Bereichen so. Aber das muss ich in Kauf nehmen und das ist ja auch in Ordnung. Ich habe damit ja auch gar kein großes Problem. Ja, aber wie sieht es momentan bei mir da so aus? Also bei mir ist es so, ich fange ja beruflich an erst so gegen Mittag. Meistens 12 Uhr oder 13 Uhr. Heute beginne ich zum Beispiel 13 Uhr mit der Arbeit und höre dann 17 Uhr auf. Das heißt, heute arbeite ich vier Stunden sozusagen. Ja, manchmal höre ich dann erst 18 Uhr auf, dann arbeite ich halt fünf Stunden, und habe eine Stunde als Überstunde. Ja, bei mir beginnt momentan der Tag so, dass ich aufstehe mit meiner Freundin. Dann frühstücken wir. Meistens ist das so um sieben, halb acht. Eher halb acht stehen wir auf. Und dann frühstücken wir. Meine Freundin macht dann auf Arbeit. Und je nachdem, wann sie halt beginnt. Heute musste sie, glaube ich, halb fünf oder um fünf schon aufstehen. Da war ich natürlich noch im Bett. Und bin dann so halb acht aufgestanden. Und dann sieht es bei mir so aus, dass ich erst mal frühstücken gehe. Beziehungsweise Frühstück mache. Ja, Frühstücken gehe ist immer so schwierig. Also entweder gibt es Kornflicks oder ich haue mir eine Schnitte rein. Dann trinke ich noch einen feinen Cappuccino und das war es dann. Und dann setze ich mich ran an ein Video und versuche erst mal ein Skript zu schreiben. Bei mir sieht es immer so aus, dass ich einen Vormittag nehme für ein Skript. Dann den nächsten Vormittag nehme, also einen Tag danach, um das Video aufzunehmen. Und dann einen Tag danach bearbeite ich das Video und lade das Video hoch. Das heißt, ich brauche drei Tage, um ein Video zu gestalten. Und momentan kommt aller drei Tage sozusagen fast ein Video. Das bedeutet, ich bin wirklich durchgängig immer an einem Video. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir einen Tag da Zeit nehme oder einfach mal einen Tag frei nehme. Nein, ich bin immer jeden Tag irgendwie an einem Video dran. Also so sieht es momentan aus. Dann, nachdem ich das Video sozusagen bearbeitet habe, beziehungsweise aufgenommen habe, oder ein Skript geschrieben habe, gehe ich auf Arbeit. Wie gesagt, das ist dann manchmal von 12 Uhr bis 16 Uhr, von 13 Uhr bis 17 Uhr oder auch manchmal von 12 Uhr bis 18 Uhr. Das kann natürlich auch sein. Ja, und dann kommt es halt immer auf die Tage drauf an. Also entweder sieht es halt Montag und Dienstag sieht es bei mir so aus, dass ich danach keinen Fußball habe. Das heißt, ich kann nach meiner Arbeit erst mal Sport machen, Fitness machen oder so. Dann möchte ich auf jeden Fall demnächst wieder anfangen, wieder ein bisschen Workouts machen, damit ich körperlich vielleicht mal wieder besser am Start bin, als es momentan ist. Ich habe das jetzt wieder komplett nachgelassen. Lag jetzt auch zum Schluss auch daran, zum einen wegen der Wohnung. Ja, wir haben ja jetzt die neue Wohnung und dazu auch, dass ich jetzt eine Zeit lang krank war. Also fast drei Wochen hat es gedauert, bis jetzt endlich mal der Husten aufgehört hat und meine Halsschmerzen aufgehört haben. Das ist absolut zum Kotzen gewesen. Das nervt mich auch extrem. Ja, aber das auf jeden Fall dazu. Ja, wo bin ich jetzt gerade stehen geblieben? Ja, also nach meiner Arbeit sieht es halt so aus, dass ich Montag und Dienstag theoretisch Twitch-Livestreams mache und YouTube-Livestreams mache. Das bedeutet, dass ich abends meistens die Zeit nicht nehme für Videos, sondern halt um Livestreams zu machen. Ihr seht das auch momentan, ich bin ja sehr aktiv derzeit und danach gehe ich halt ins Bett. Ja, das ist momentan so mein Tagesablauf, so jeden Montag und Dienstag. Am Mittwoch habe ich dann direkt nach meiner Arbeit mache ich zum Fußballtraining. Das heißt, ich komme nicht mal mehr nach Hause, sondern ich mache direkt zum Fußballtraining. Einfach, weil ich 18 Uhr zum Beispiel aufhöre mit Arbeiten und 18.30 Uhr habe ich schon Fußballtraining am Mittwoch. Und am Freitag ist es so, dass ich teilweise 18 Uhr aufhöre mit Arbeiten und 18 Uhr beginnt bei mir das Fußballtraining. Das heißt, ich muss direkt zum Fußballtraining, kommt ein paar Minuten später und muss dann halt direkt los. Ja, also Mittwoch und Freitag sind bei mir die Tage, wo ich direkt danach zum Fußballtraining mache und nach dem Fußballtraining mache ich dann nicht wirklich noch einen Livestream. Kommt immer auf den Tag drauf an, aber ich mache da meistens keinen Livestream, sondern lasse den Tag dann auf der Couch ausklingen mit meiner Freundin und wir reden dann halt über den Tag und es ist halt dann alles entspannt. Am Donnerstag ist ein Tag wie Montag und Dienstag, wo halt nichts ansteht, aber es kommen halt immer mal noch so Sachen wie, ja, Müll rausschaffen, Geschirrspüler machen. Es sind ja trotzdem noch die häuslichen Aktivitäten, muss man ja trotzdem machen jetzt gerade, wo man in der Wohnung ist mit der Freundin und dementsprechend habe ich da auch nicht immer Zeit für Livestreams. Aber ich versuche das trotzdem dann hinten ranzuhängen, sodass ich dann halt sozusagen abends bis nachts einen Livestream starte. Ja, das ist momentan so mein Tag. Tag, dann stehen momentan extrem viele Geburtstage an. Also jeden Samstag haben wir derzeit wirklich eine Geburtstagsfeier, wo man eingeladen ist und das ist halt, also es ist schön, wirklich, ich habe richtig Spaß, mir macht es auch Spaß, mal wieder Freunde zu sehen, auch Freunde, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Aber es ist momentan jedes Wochenende ein Geburtstag. Dann Sonntag habe ich Fußballspiel, also jeden Sonntag habe ich ein Fußballspiel. Das heißt, da bin ich auch wieder ausgebaut, kann kein Video zum Beispiel machen. Es sind halt wirklich so Tage oder so Wochen momentan, wo ich wirklich streng getaktet meine Videos rausbringen muss beziehungsweise immer mir einteilen muss, was mache ich wann, wann bringe ich auch mal ein Video für Incaf. Das sind so die Dinge und ich bin momentan auch mega stolz und mega froh darauf, dass ich einen Cutter habe namens Tony Loni, der Ehrenbruder, der auf Incaf meine Videos bringt und auch die Videos schneidet. Also wirklich ein absoluter Ehrenmann, dass er das macht. Kann man einfach nur loben dafür, dass er die Videos da so rausbringt. Auch mit den Thumbnaisen so, absolut geil. Noah macht die Thumbnaise, das ist eine absolute Gönnung, dass es Supporter auf meinem Kanal gibt, auf meinem Incaf-Kanal, die mich da extrem entlasten. Weil ich glaube, ich könnte meinen Incaf-Kanal niemals so führen, wie er jetzt geführt wird. Also ich könnte es nicht, weil mir die Zeit einfach fehlt. Ja, also mir macht es trotzdem Spaß. YouTube macht mir momentan extrem viel Spaß, auch die Themen rauszusuchen und zu bearbeiten. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Spaß an YouTube wie momentan. Und die Resonanz ist, glaube ich, auch noch nie so groß gewesen wie derzeit. Ja, mein Kanal, da geht ja momentan wieder mega ab. Jedes Video über 10.000 Aufrufe, egal was ich teilweise für Themen bringe. Und das zeigt mir einfach, dass ich einiges momentan richtig mache auf YouTube. Ja, und ja, also mir macht momentan YouTube wieder große Freude. Ich bin hoch motiviert und ich glaube, das gibt mir auch so viel Motivation, dass ich sagen kann, ich bin trotz, dass das Stresslevel einigermaßen hoch ist, bin ich mega zufrieden mit meinem Leben, wie es momentan läuft. Ja, klar, also jetzt vor kurzem gab es wieder so einen kleinen Rückschlag, dass meine Katze halt überfahren wurde. Das ist halt, also jetzt nicht die Katze, die neue Katze von der Wohnung, sondern meine Katze, mit der ich aufgewachsen bin. Die war ja gerade mal 10 Jahre alt, dann wurde sie überfahren. Ist jetzt nicht unbedingt ein hohes Alter für eine Katze, aber immerhin, sie hatte noch ein bisschen was vom Leben. Aber das sind halt so Rückschläge, die es mir noch ein bisschen schwer machen, was so YouTube, Twitch und auch sonst so angeht. Aber mittlerweile habe ich das, denke ich, ganz gut überstanden und ja, mir machen jetzt die Videos auch wieder nochmal mehr Spaß. Ich bin da jetzt nicht mehr so krass getroffen davon, aber ja, also ich sage mal, eine Woche hat es schon gedauert, bis ich über den Punkt hinausgekommen bin oder hinübergekommen bin, dass ich es akzeptieren muss, dass die Katze einfach nicht mehr da ist. Mich macht es natürlich immer noch traurig, aber es ist, man muss damit leben. Ich glaube, jeder, der mal so einen Todesfall hatte in der Familie oder bei einem Haustier oder was jetzt ist, der kennt das, der weiß, wie schwer das ist. Und ja, man übersteht das. Irgendwann, ja, irgendwann hast du dann halt wieder Spaß daran. Ich muss sagen, ich bin jemand, der kann das relativ gut verdrängen oder auch schnell verdrängen. Also ich habe so meine Trauerphasen immer mal abends so ein paar Stunden, aber direkt nur danach gewesen. Also ein paar Tage war das bloß, jetzt mittlerweile geht es halt wirklich bei mir wieder ganz gut. Ich habe wieder viel mehr Freude in Streams, viel mehr Freude bei YouTube-Videos und ich denke, das erkennt man mir auch momentan an. Und dementsprechend, mir macht das viel Laune derzeit. Und ich hoffe, ihr seht das auch. Ich sehe es momentan in den Resonanzen bei YouTube, dass es mir mega Bock macht, einfach die ganze Scheiße hochzuladen. Ich habe so viel Spaß derzeit und ich hoffe, das geht auch noch eine Zeit lang so weiter. Und ja, das ist momentan so einfach mein Tagesablauf. Ja, ihr könnt euch schon mal sicher sein, dass ich sehr froh bin, dass ich momentan einen Kanal führe, der relativ erfolgreich ist. Ja, also für meine Verhältnisse erfolgreich. Und ja, ich denke, ihr seht ja meinen, oder ihr verfolgt ja meinen Weg teilweise mit. Vor allem die Leute, die auf Incaf meine Videos schauen, die sind ja die Hardcore-Supporter. Vor allem Leute, die auch noch Kanalmitglied auf Incaf sind, das ist halt so ehrenhaft. Ja, das sind halt die Leute, die mich auf Twitch verfolgen und natürlich auch noch meine richtigen YouTube-Videos schauen. Das ist so ehrenhaft und so grönerhaft. Deswegen liebe Gehtraus an euch, die gerade das Video schauen. Und ja, das war's. Ich rede gerade zu viel um heißen Brei, aber das ist bei diesen Real Talk-Videos immer so. Weil man schreibt sich kein Skript, man versucht einfach seine Gedanken irgendwie freien Lauf in das Video einfließen zu lassen. Und ja, das war's. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stänkchen und Zwängchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Ciao.